Ja, ich weiß vielleicht mehr als die meisten, aber längst nicht alles. Ich versteh nicht, was ich hier soll. Alle anderen scheinen ganz genau zu wissen, warum sie hier richtig sind. Hallo, mein Name ist Twinkle. Keine Pronomen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin echt der langweiligste Mensch auf diesem Planeten. Ich habe mir immer gewünscht, einfach mal normal zu sein. Ich habe es wirklich versucht. Und wenn es so wäre, wenn es kein ganz normales Ferienpack wäre. Schaden ist verlieben. Das können alle sehen. Sie müssen Hilfe rufen. Twinkle, stopp. Verstehen Sie das denn nicht? Ja, Malte Schröder. Ich dachte, du hast keine Ahnung. Ich hab da alles angenommen.